Ich bin Peter Maurer, Geschäftsführer der Closema AG in Embrach. Wir befassen uns seit bald 60 Jahren mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Closomat, dem Original-Dusch-WC. Erstmals stellen wir hier an der Messe unser neuestes Modell Closomat Allegra vor, das die höchsten Ansprüche erfüllt, die an ein ausgewachsenes Dusch-WC gestellt werden. Neben dem neuen Produkt Allegra machen wir nach wie vor die Modelllinie Palma und Lima. Das sind jene Geräte, die wir vor allem im Care-Bereich einsetzen, die mit vielen Zubehörteilen auch an die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen angepasst werden können. Wir wissen, wir bringen den Menschen eine Wohltat im täglichen Leben, anstelle mit Papier und Hand trocken zu wischen, eben mit Wasser zu waschen und mit Luft zu trocknen. Unsere Kunden geniessen den Vorteil, dass wir als Erfinder das weitaus breiteste Know-how haben, was die Produktkategorie Dusch-WC anbelangt. Unser Slogan heisst Sense the Difference, also können wir nur alle einladen zu kommen und zu schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017